Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeonfreunde zu Legend of Grimborg, Club Event of Lies. Ja, erst einmal, ich habe vergessen, mich ums Mystery World zu kümmern. Äh, schade drum, aber egal, nicht so wild. Zweitens, ich habe in die Komplettlösung geguckt und hatte leider recht. Nicht, der letzte Altar muss hier irgendwo ins, entweder in Sarumanz verließ sein. Äh, wenn ich da runterspringen, dann lande ich da irgendwo, gell? Ja, hier irgendwo. Also ja, der muss hier drin sein, der Altar. Das war das Erste. Das Zweite, da muss ich mal mein schlaues Buch hier konsultieren. Hier. Hier. Das heißt, die Fallen Relics sind wichtig. Secret Chamber of the Enderlesses haben wir schon. Master of Both Magics, ja, das haben wir auch schon. Und vier Dreams haben wir auch schon. Also wir brauchen die Fallen, äh, Relics. Falscher Knopf. So. Bevor ich mich habe, um die Fallen Relics kümmere. Kümmerere ich mich um andere Sachen. Kümmerere ich mich um andere Sachen. Schriftrolle. Ja. Hier ist Zeug drin. Okay. Das ist nicht so wichtig. Sind das normale Schriftrollen? Nein. Das sind Textrollen. Die kommen ruhig auch mal mit. Das muss nicht mitkommen. Das muss nicht unbedingt mitkommen. Das auch nicht. Notiz. So. Gehen wir mal hier rum. Ja, das wäre... Das sollte erst mal reichen. Alles abladen. Solange die Minute hebt. Komm, bring mich wieder zurück, Scotty. Ich werde mich jetzt erst mal in den Minen aufräumen und alles hier hinbringen. Genau an diese Stelle. Dass wir nachher alles nach oben bringen können. In unser Zentrallager. So, danke dafür schon mal. Und zwar, ich nehme mit, egal was. Außer vielleicht die Schlüssel. Die brauchen wir ja nicht unbedingt. Und das Eis-Slicer-Stick auch nicht. So, Scroller, Flash, Respawn wir auch nicht. Aber das ganze Zeug hier können wir einsacken. Und alles schön nach oben bringen. Und alles schön nach oben bringen. Den lasse ich die Sicherheitshalber mal hier liegen, dass ich ihn nicht aus Versehen rausschmeiß. Und mich dann wunderbar ist. So. Und so. Und so. Die beiden Sachen können wir auch da hinpacken. Gut. Müssen wir nachher eh mal die Container dann sortieren. Was so in den Containern drin ist. Und ein bisschen umschlichten. Ja. Können wir Waffen-Kisten mit Waffen und so machen. Oh. Du hast noch jede Menge Zeug. So. Hier sind noch Notizen jede Menge. Dort, wo riecht die? Ja, die können wir noch einsacken. Hier hinten müsste eine Kiste sein. Die wir gebrauchen könnten. Oder zwei sogar. Ich muss nämlich mal die ganze Zettelwirtschaft nachher durchforsten und herausfinden. Welcher Zettel für was gut ist. Okay. In den Kisten ist zwar noch ein bisschen Schrott drin, aber den können wir aussondieren eigentlich. Sobald wir oben sind. Und nein, ich werde natürlich nicht gleich hochgehen. Sondern erstmal hier alles ablegen. So. Weil erst will ich unten die Minen abschließen. Das bedeutet ähm erstmal die Underworld machen. Dann kann ich auch da das Journal so wichtig ist behalte ich das mal hier. Das ist wir fahren dir Stormcrow. Das kennen wir bereits. Mori drehen. Und so weiter. Ja. Das Buch ist noch wichtig. Das kannst du wieder anziehen. ziehen. Dann haben wir hier unten eigentlich alles geregelt. Also ja, die Schlüssel, die könnten wir theoretisch noch reinsacken, aber die sind nicht so wichtig. Ne. so, ein Quicksafen machen. Ja. foreign relics hier, die können bevaut in der Underworld. Six Power Sources to stop them. Die Sachen im Frozen North haben wir schon gefunden. Gut. Das heißt, es geht ab in die Underworld. Ich habe keine Ahnung, was es dort erwartet. Außer Schädel. eine Schriftrolle. Wer immer auch das erreicht, dreht um. Ich kann die Schrecken, die dieses Tunnel herrschen, nicht beschreiben. Wo auch immer dieser Ort ist. Ich habe es geschafft, mich selbst in diesem Raum einzusperren. Und wahrscheinlich auch mein Schicksal zu besiegeln. In diesem Prozess. Aber es war es wert. Oh, es war es wert. Um meine, nur um meine Misere zu sehen. Nicht irgendwo in der Nähe zu sein von den Dingern, die in den Schatten warten. Ich wünsche nur, ich hätte ein oder zwei Puzzle mit mir gebracht, um mich beschäftigt zu halten. Dreh einfach um. Dreh um, dreh einfach um. Evelyn Ancient Archmage. Ein Sack mit einer Münze. Einem Square Key. Einem Kraut. Die Münze, das kennen wir ja. Wir haben schon zehn davon. und einer Fackel und Sandalen. Ganz ehrlich, den Sack heben wir auf für neue Nachrichten. Beziehungsweise allgemein für Nachrichten. Das bringt's nicht. Das würde was bringen. Das würde hier aufmachen. Ah ja. Hä? Was auch immer gerade los war. Die Viecher sind ja relativ einfach jetzt. Earth Magic auf Maximum bringen, hä? So. Dann könnte ich theoretisch jetzt das Ding hier transportieren. Tieren. Ob das ein Fehler war? Ach, ich kann sie jetzt so jetzt auch rechargen. Okay. Oh nein. Ich kann wieder aufmachen. Gott sei Dank. Ah, ihr da drüben. Oh nein. Okay. Gucken wir uns mal die Seite an. Oh nein. Irgendwas frisst meine Schüsse. Hm.